Beim parallelen Ausführen von Instruktionen wird zwischen drei Anweisungsabhängigkeiten unterschieden. Read after write, write after read, write after write. Der Ablauf beim Ausführen einer Anweisung ist prinzipiell in fünf Stufen unterteilt. Das Abrufen der Abweisung, das Dekodieren der Anweisung, Auslesen der Operanten, Ausführen der Anweisung und zuletzt das Speichern des Ergebnisses. Das Abrufen entspricht einem lesenden Zugriff und das Abspeichern dem schreibenden Zugriff. Hier sind die Instruktionen I0 bis I5 mathematisch dargestellt. Das Verändern der Anweisungsreihenfolge hätte unterschiedliche Ergebnisse im Resultat. Das Ziel ist stets, alle Instruktionen möglichst zeiteffizient, also ohne Leerlauf, zu verarbeiten. Oben wird schematisch die parallele Ausführung von Anweisungen in einer fünfstufigen Pipeline dargestellt, unten die nicht parallele Ausführung und beim Vergleich wird sofort der immense Zeitgewinn deutlich. Bei unabhängigen Anweisungen könnte die Reihenfolge beliebig vertauscht werden, es hätte keine Auswirkungen auf die jeweiligen Ergebnisse. Anweisungen mit einer Read after Write Abhängigkeit können nicht unmittelbar nacheinander die Pipeline durchlaufen. In diesem Beispiel ist in Takt 4 der Anweisung C2 ein falscher Wert aus dem Register A ausgelesen worden, denn das Ergebnis von C1 ist noch nicht gespeichert worden. Das Problem kann unterschiedlich gelöst werden. Eine Lösung wäre das Auslesen zu verzögern, führt jedoch zu einer längeren Rechenzeit. Besser ist es, die Zeit zwischen den abhängigen Anweisungen mit unabhängigen Instruktionen aufzufüllen. Also Anweisungen, die keine Abhängigkeiten besitzen, deren Reihenfolge ist absolut egal, können vertauscht werden und auch als Puffer eingesetzt werden. Bei einer Read after Write Abhängigkeit müssen eventuell die aufeinanderfolgenden Anweisungen verzögert werden, damit nicht zu früh gelesen wird. Für die Write after Read Abhängigkeit ist das nicht der Fall, denn der Writeback findet später als das Auslesen der Operanten statt. Natürlich muss die Instruktionsreihenfolge beachtet werden, es besteht jedoch keine Gefahr einer Blockade. Bei der Write after Write Abhängigkeit dürfen die Anweisungen ebenfalls nicht in der Reihenfolge vertauscht werden, können aber auch ebenfalls unmittelbar nacheinander ausgeführt werden, sofern keine weiteren Abhängigkeiten mit anderen Anweisungen bestehen. Bei den meisten Aufgaben müssen für den Beginn die Abhängigkeiten identifiziert werden. Alle Abhängigkeiten beinhalten Schreiberegister und es werden daher alle deren Doppelten benötigt. Ich betrachte das Register R1, suche nach allen Doppelten und wiederhole das mit den nächsten Schreiberegistern, bis ich alle abgearbeitet habe. Es bestehen hier drei Abhängigkeiten. Für einen besseren Ablauf wird die Abarbeitung zwischen diesen Anweisungen mit unabhängigen Anweisungen aufgefüllt, wie zuvor. So sollte der geringste Leerlauf entstehen, beziehungsweise gar keiner. Diese Art von Aufgaben können auch mit mehreren Ausführungseinheiten abgespielt werden. Dabei wird auch manchmal angegeben, dass nun jede Instruktion nur noch in einem Zyklus verarbeitet werden kann, manchmal aber auch in mehreren Stufen. In Takt 1 würde die Ausführungseinheit 1 die Anweisung C1 ausführen und die zweite Ausführungseinheit die Anweisung C2. In Takt 4 kommt es hier zu einem Konflikt, denn wir können die Instruktion C8 noch nicht ausführen, da in Register 11 noch nicht der richtige Wert gespeichert wurde von Instruktion C7, die ja beide in diesem Takt 4 parallel miteinander ausgeführt worden wären. Wir verzögern um einen Takt das Ausführen der Anweisung C8, damit der richtige Wert ausgelesen werden kann. Und das ist auch das Beste, was wir tun können, solange wir die Reihenfolge noch nicht ändern dürfen. Sollten wir die Reihenfolge ändern dürfen, könnten wir hier wieder unabhängige Instruktionen als Puffer verwenden und das Ganze auch in vier Takteinheiten lösen. Danke für die Watchtime und have a good time!